was ich auch ganz geil finde jetzt gibt es ja wenn man Erze abbaut kommen da jetzt so solche Diener raus. EP kommt da jetzt raus. Das finde ich ganz geil. Aber nur aus manchen Erzen. Ja bei den meisten würde ich sagen. Und auch nur manchmal halt. So und ich habe wieder genug Kohle. Das soll ja nur für ein paar Fackeln reichen. Ja bei uns ist es halt eben so jetzt brauchen wir Kohle wirklich denn wir spielen jetzt auch ohne Mods. Und die Admins achten hier wirklich auch sehr drauf. Ich habe eine Höhle gefunden. Oder ich habe nur eine Wasserlache gefunden. Oh komm mal her. Ich glaube du bist da hinten. Ich weiß aber nicht sicher ob du da bist. Also da bist du. Die Admins achten hier wirklich drauf dass man kein X-Ray hat oder sowas. Also versucht es erst gar nicht Leute. ETF? Ah ja jetzt geht's. Und ich meine wir haben hier quasi den besten Beweis dass wir kein X-Ray haben. Wir machen das Ganze nämlich per Video. Beziehungsweise ich habe ja schon meine Diamantausrüstung. Aber ja ich habe es auch nicht verwendet. Er spielt ja auch schon ein bisschen länger drauf. Seine Diamantausrüstung kostet ja auch nicht viel. Also für eine Rüstung brauchst du ja nur 25 Diamanten. Und ich spiele seit zwei Wochen hier. Ich habe das die ganzen Ferienmorgen gesuchtet immer. Ja habt ihr ja schon gesehen eine große Höhle. Also ich glaube hier in der Wüste gibt es immer so viel. Ähm nein. Wie werden wir eigentlich wieder zurückkommen? Nur mal so als Frage. Du gibst einfach Slash Home ein. Achso. Ich habe eine Höhle gefunden. Nein doch nur wieder. Warte mal nicht so schnell weg. Ich komme da gar nicht hinterher. Du rennst und springst beim Hüpfen. Dann bist du schneller. Ah das lässt ja wieder alles einkrachen. Ja. Okay. Finish. Da ist wieder. Ah hier ist ein Regenwald. Aber da ist Kohle. Die will ich mitnehmen. Warte mal auf mich. Du rennst nicht wieder weg. Sonst findet man es daher nicht mehr. Das wäre ein bisschen blöd. Und dann sammeln wir jetzt auch gleichzeitige Rohstoffe für dein... Ey cool ich habe ja was gefunden. Was? Na guck mal her. Da wurde ich hier gerade Dings abbuddel. Oh ich habe noch Fackeln. Inventar. Egal. Eisen? Ne aber... Diamanten? Irgendwo ein bisschen Stein habe ich da gerade gefunden. Ach das ist Sandstein gewesen. Ich dachte schon das wäre jetzt irgendwas besonderes. Boah. Der geheimnisvolle Secret Stone. Mhm. Okay. Gehen wir einfach in diese Richtung. In die da? Da findest du doch gar nichts. Nein. Wir gehen in diese Richtung. Noch mehr Kohle. Wofür habe ich jetzt eigentlich? Das ist erstmal ein Stack voll. So dann gucken wir mal wo uns das Glück hinführt. Asi bin ich voll. Da hast du mal ganz EP eingesammelt hier. Ich brauche die. Was ist denn? Für meine Tierrüstung zu verzaubern. Achso ja. Gut. Verständlich. Ich mache mir keine Kiezen. Was ist denn? Picture. Ich habe auch noch Stegs, falls du willst, ne? Ja. Dann frisst du ein bisschen schneller. Chironimo! Boah, ich habe es gepackt. Ja, ich bin irgendwie heute nicht so schnell unterwegs. Ich muss auch noch jumpen. So, gucken wir mal. Wo? Nein. Ich glaube auch Flyhack ist hier ausgeschaltet. Also man kann nicht fliegen auf dem Server. Ach, komm jetzt, ey. Wir haben uns auch noch geblieben. Ich bin hier. Achso. Wir haben uns auch noch gedacht, dass wir vielleicht Adventure Maps zocken werden, aber... Wahrscheinlich so. Wahrscheinlich, aber jetzt noch nicht. Soll ich mal ein bisschen Tinte mitnehmen? Braucht man die irgendwo für? Beschriebene Bücher. Hm. Ich meine, wir haben ja auch gerade eben erst brutal entschlossen, was wir das hier machen. Wo wollten wir eigentlich, wenn wir uns so eingefüllt? Okay. Du bist da. Was hast du getötet? Kannst du Schweine oder sowas immer mich töten lassen? Wieso? Dann kriegst du sie gebraten. Weil ich hab doch ein Schwert mit Verzauberung. Früher dachte ich immer so, boah, Fire is packed, ist die beste Verzauberung, die es gibt. Aber irgendwie Fire is packed, naja. Was bringt die schon groß? Vielleicht gegen Spieler ist die relativ stark, aber... Ach komm, ey. Das ist doch wohl nicht, ey. Böder Regenland. Wir finden heute auch keine einzige Höhle. Juhu. Da vorne ist Schneebium. Oh Gott. Hier ist Stein. Ach, ja, Entschuldigung, wo bist du jetzt? Hier. Ja, super. Hier. Das ist die Standardantwort. Da. Ach, da. Okay. Ähm. Wo lang? Da, wo wir Schnee... Äh, da, wo wir eine Höhle finden. Jetzt kannst du keinem erzählen, dass wir keine Höhle finden. Ja, ich hab heute Minecraft gespielt und hab keine einzige Höhle gefunden. Glaub ich dir nicht so ganz. Ähm. Minecraft-Höhle. Na, die Schafe lassen sich aber noch nicht so. So eine gespielt wird. Wow. Das einzige, was man findet, vielleicht findet, ist so eine... Äh, Dingsens. 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 Ich fühle das in Augen verloren. Ach da. So, und wir rennen immer noch und suchen und suchen. Also, Admin, falls du das Video hier siehst, bitte, ähm, Schlag Höhlen in die Welt. Wobei du gar nichts dafür kannst, aber ich hab ne... Nein, hab doch keine Höhle. Boah, ihr Höhle suchen. Ja, brauch ich aber nicht. Ich hab noch genug davon. Nein, eigentlich nicht, aber ich brauch's irgendwie nicht. Weil ich jetzt ne Höhle finden will. Äh, ne, ich schaff das. Kommst du? Ja, ich komm hier schon. Komm, soll man uns ein Boot basteln und übers Meer fahren, solange bis wir ein Land finden? Super. Hau mal hier auf. Ach, das ist der Dirich. Ich brauch Holz. Hallo, kommst du? Ja. Das ist ein Boot. Oh, cool. Wohin? Krott aus. Ach, jetzt komm ich voran. Wo ist mich denn als du? Bist du hinter mir? Ja, ich bin irgendwo... Ah, ja. Boah, das ist ja kacke, ey. Du musst einfach immer nach vorne schauen. Hm. Wie kann man schneller werden? Gedrückt halten. Ja, nein. Ich gedacht, wo man so ein bisschen weiter kann. Nein, eigentlich nicht. Ah, da vorne. Hier, hier lang. Ich mach grad gar nichts. Ach, doch. Du bist nicht mehr in deinem Boot rum. Du auch nicht. Ist verpackt. Ich bin ein Cheater. Oh. Blöde Liane. Blöde, blöde. Blöde Liane. Blöde. Blöde. Es wird gleich Nacht. Wo bist du? Hinter dir. Ach, da. Ich bin aber da drin in der Höhle, ey. Tada. Nein. Ich hab gedacht. Ich hab ne Höhle. Ich brauch noch ein paar Lillipads. Ach. Was sind Lillipads? Ähm. Diese Seeroten. Ach so. Warte mal. Femus hat, äh. Amos hat ja nichts. Das kenne ich noch irgendwo her. Ich hab ein paar Zierosen. Das ist aber nichts. Das neue Jump-Move-On. Komm hier raus. So, das haben wir immer noch keine Lille gefunden. Hm. Aber Schweine. Oh, Schweine. Ich kann gleich mal ein bisschen Zombie-Mitze angehen. Ach, ich geh mal ganz kurz weg. Ich komm gleich nochmal. Hm. Ja, dann mach ich mal weiter. Haha. Die ist da wirklich ein. Gut, und solange er weg ist. Ich meine, wir müssen später auch ein Haus bauen. Kann ich schon mal ein bisschen Holz zu kloppen? So, das Problem hätten wir auch geklärt. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter? Höhle suchen? Ja. Okay. Oder sollen wir es mit der Höhle suchen lassen und lieber... Home? Mach home. Dann können wir ja mal gucken. Dann können wir ja einfach mal zeigen, was wir verkaufen, ne? Okay, was muss ich jetzt eingeben? T zum Chat öffnen und dann slash home. Home. Okay. Dann führe mich mal dahin, wo man was verkaufen kann. Ich mach das jetzt so wie Gronkh, weil die Idee einfach saugut ist. Was denn? Ich setze Lillipads übers Wasser, damit da das nicht mehr rein kann. Hast du noch? Die Idee ist wirklich so gut, ja. Hab ich. Sechs. Ne, passt genau. Ja, die Idee von da. Das ist wirklich so gut, die Idee von Gronkh. Das müssen wir mal merken. Hier dann auch? Boden. Hast du hier Bock, Wasser? Ja. Da. Wo? Ah. Okay, cool. Na dann. Auf zum Geschäft. Warte. Ich will noch was zu verkaufen mitnehmen. Mach mal das. Ich hab auch ein bisschen was dabei. Ich hab sogar Ink-Sack dabei. Feder. Okay, das wird dir nicht viel helfen, deswegen nehm ich Cobblestone mit. Wie Cobblestone mit? Ich verkauf einfach Cobblestones. Kabel? Ich kann mir nicht mehr leisten. Kommst du? Wo bist du hinter mir? Ja, ich komme. Dann gehen wir mal zum Job. Ich muss das jetzt hier noch alles hinlernen. Melonee. 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 Das ist ein bisschen aber egal. Das ist immer so. Auf Servern ist das sowieso immer so. Bist du auf der anderen Seite? Ja. Warte bitte. Kannst du einfach rüberkommen. Nein, man darf nicht über die Gleise gehen. Dann ist das eine Unterführung hier. Ja genau, mach ich auch. Vor allem wenn da der Admin steht, da will ich wirklich nicht über die Gleise gehen. Okay, hier ist ein Admin-Shop. Da kannst du jetzt hingehen. Links klick Verkaufen, rechts klick Verkaufen. Moment, Moment, Moment. Wo jetzt? Hier. Bei was? Mit dem großen Pfeil. Da steht, rechts klick Kaufen, links klick Verkaufen. Ich verkaufe jetzt zum Beispiel Cobblestone und jetzt einfach immer Verkaufen. Okay, Biggest Stocks in Town. Never sold out. Also, mit welchem Klick kann ich was verkaufen? Rechts klick ist Kaufen, links klick ist Verkaufen. Okay, und wo sehe ich, wie viel ich von welchem habe? In deinem Inventar. Ja, nee, an Geld. Du gibst ein T, also zum Chat machen und dann Slash Balance. Balance meinst du? Balance. Balance. Oh, 10.000. Ich habe nur 1.000. 1.000 irgendwas. Okay, verkaufe ich mal was Holz. Nein, Holz doch nicht. Verkaufen. Na gut, wenn du willst. Ich muss nochmal was ausprobieren. Ich habe auch einen Iron Hour, habe ich auch. Oh, kannst du nicht verkaufen. Du musst dann schon geschmolzen haben. Doch, hier kann man doch Eisen verkaufen. Nur geschmolzenes. Hier kann man auch Iron Ingot, kann man ja verkaufen. Ja. Aber kein Ohr. Okay. Dann versuche ich einfach mal hier mit Cobblestone. Tintensack. Cool. Ich habe 4 Dollar bekommen. Ja. Ist noch was. Super. Ja. Sunstein habe ich. Brauche ich nicht. Okay. Was habe ich noch was verkaufen. Moment, jetzt muss ich mal gerade gucken. Jetzt will ich mal ein bisschen hier so rum gucken. Das können wir nochmal. Das geht ja wohl nicht. Das können wir nochmal was. Das können wir nochmal. Kaktüs. Ich verkaufe meine Melonen. Das geht wohl nicht. Melonsamen, Kürbissamen, Weizensamen, Setzlinge, Weizen, Zuckerrohr. Zuckerrohr haben wir sogar auch dabei. Meinen Zuckerrohr verkaufst du hier. Oh, ich habe ja 16 Zuckerrohr für 32 verkauft. Boah. Nein, ich verkaufe nicht dein Zuckerrohr. Ich brauche den eh nicht mehr. Ich brauche eher Leder. Sand. Ja, okay. Kommen wir mal bei Dirt. Hm, cool. Das ist uns cool. Gibt es ja noch irgendwo Shops, bei denen man mehr Sachen verkauft? Das ist ja nie im Leben alles. Eigentlich nicht so wirklich. Oder doch so ein paar. Komm mit. So mal laufen. Ja, das ist viel cooler als die U-Bahn. Was gibt es denn eigentlich noch hier alles? Viel cooler als der Tod. Nichts. Da ist eine Kirche, ein Gefängnis. Nichts Spannendes. Achso, du musst aufpassen, dass du richtig Müll trennst. Hier. Wie Müll, hä? Wird man da wirklich gebannt? Nein, glaub nicht. Das ist alles ein... Alles eins. Okay. Ja. Okay, und wo jetzt lang? Erstmal hier durch die Unterführung durch und... ...mich sehen, wie ich fehlende Enderman zu killen. Oh, da ist ein großes Haus da. Äh, zeig mal die riesengroßen Grundstücke, die wir zusammenkaufen können. Guck mal, hier ist eine Höhle, ey. Okay, weg ist er. Okay, komm mal mit. Creeper. Ja, komm mal lassen. Das ist das allergrößte. Das kostet 200.000 Dollar. Aber das ist auch so riesig. 200.000 Dollar, ne? Ja. Das ist... Du hast gerade mal 10.000. Achso. Ich habe gerade mal 1.000. Und Diamant gibt 200. Das heißt, du musst richtig viel Dias verkaufen, damit du das bekommst. Hm, und komm mal mit. Oh, gut. Das ist wirklich ein geiles Grundstück. Das hätte ich ja fast gehabt. Wo wäre so ein ganz kleines Grundstück? So ein ganz kleines, normales? Das ist... Boah, mal gucken, ob es in meiner Nähe eins gibt. Dann würde ich sagen, kaufe ich mir erstmal ein normales. Okay, hier gäbe es welche. Ähm, okay, das ist schon verkauft. Das sieht aber auch echt mini aus. Das hier gibt es noch. Aber ich würde es wirklich nicht kaufen. Wieso? Weil es klein ist, ne? Es ist so richtig mini-klein und... Nee, Alter. Dann komm mal mit... Ähm, komm mal hier lang. Da ist eine PvP-Arena, können wir nachher noch ein Battle machen. Beide nur mit Steinschmettern. Komm, hier gibt es eins für 100.000, ey. Wo? Hier. Warte. Äh, ernsthaft? Ja, das ist jetzt für 100.000, gell? Wo ich grad drauf bin. Ja gut, schau dir mal an, wie scheiße es ist. Du kannst hier nix machen eigentlich. Was willst du da hinbauen? Sollen wir uns mal vornehmen, diese ganz große Villa da zu kaufen? Die für 200.000. Ja, können wir machen. Dann müssen wir aber ne Menge töten gehen. Und die aus Killen, äh, Farm. Ne, was ich mir gedacht hab, was wir uns kaufen können, wäre... Äh, das hier. Da ist ein Glas drüber. Ja, okay. Ja. Komm mal mit. Ja. Und, ähm, mehr als in diesem Kram, da kann man nicht verkaufen, oder was? Nein. Das geht, das ist ja voll Mist. Hey, sorry, aber... Da müsste man eigentlich noch was...